Hi! Falls ihr so vor Weihnachten noch ein kleines Bewegungsliedchen braucht, da habe ich hier noch was ganz Besonderes für euch. Und zwar gibt es ja Häschen in der Grube und da habe ich jetzt draus gemacht Wichtel in der Grube. Genau, also geht eigentlich ganz genauso. Wir müssen bloß irgendwie dieses Wichtel einbauen. Das geht so. Wichtel in der Grube saß und schlief, saß und schlief. Armes Wichtel bist du krank, dass du nicht Wichtel hüpfen kannst. Wichtel hüpft, Wichtel hüpft, Wichtel hüpf, Wichtel hüpf, Wichtel hüpf, Wichtel hüpf, Wichtel hüpf, Sag uns, wer soll denn das nächste Wichtel sein? Und dann sagt das Wichtel, also ich sage jetzt einfach das Wichtel, weil ich finde es gibt kein der Wichtel und kein die Wichtelchen oder so. Also einfach das Wichtel, das geht irgendwie einfach von der Lippe und deswegen singe ich das. Naja, jetzt wird sich das nächste Wichtelchen ausgesucht, also zwei Wichtel auf der Fläche, wo wir es spielen. Und jetzt geht es weiter. Wichtel in der Grube saßen da und schliefen. Ist ja jetzt mehr Zeit. Saßen da und schliefen. Arme Wichtel, seid ihr krank? Dass ihr nicht Wichtel hüpfen könnt. Wichtel hüpft. Wichtel hüpft. Wichtel hüpft. Wichtel hüpft. Sagt uns, wer soll denn die nächsten Wichtel sein? Tja, und das geht so weiter. Jetzt werden sich zwei ausgesucht, dann werden sich vier ausgesucht, dann werden sich A ausgesucht. Also das steigert sich so exponentiell. Okay, naja, und dann ist die Gruppe irgendwie, alle sind sie dann vorbei. Und dann ganz zum Schluss mache ich dann immer noch so ein bisschen längeres Bewegungsding. Und das geht so weiter. Wichtel hüpft. 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 Ja, ihr lieben, lieben, guten Wichtel. Hüpf, 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 da-da-da. Tja, jetzt sagen alle Wichtel frohes Fest und macht was draus. Bis dann, tschüss.